Hi, ich bin Elena, euer LW Azubi und ich zeige euch heute bei A bis Zubi, was alles in die Bewerbungswappe reingehört. Also wie ihr seht, ist ja in so einer Bewerbungswappe ganz schön viel Platz und deswegen zeige ich euch jetzt mal, was eigentlich alles reingehört und wie das eigentlich ausschauen muss. Das erste, was man sieht, wenn man die Bewerbung aufmacht, ist natürlich das Deckblatt. Da ist es wichtig, dass erstmal draufsteht, für was man sich eigentlich bewirbt, dann ein ansprechendes Bild drauf ist, euer Name, eure Adresse und eine E-Mail-Adresse. Wichtig ist hierbei natürlich, dass es fehlerfrei ist, ansprechend gestaltet, eine seriöse E-Mail-Adresse gewählt ist und auch ein gutes Foto natürlich. Und hey, denkt dran, Partybilder und Snapchat-Filter haben nichts in eurer Bewerbung zu suchen, sondern wendern auf Instagram. Am besten ist es, wenn ihr euren Lebenslauf in vier Teile untergliedert. Da hätten wir einmal die persönlichen Daten. Da ist es wichtig, dass euer Name, eure Adresse, euer Geburtsdatum und wenn ihr noch nicht 18 seid, auch noch die Eltern mit drin stehen. Der nächste Punkt ist die Schulbildung oder euer beruflicher Werdegang. Hierbei zeigt ihr einfach eure komplette Schulaufbahn oder eure Ausbildung, wenn ihr schon eine habt, könnt ihr alles damit reinpacken. Das Wichtigste ist nur, das Aktuellste immer ganz nach oben zu setzen. Der nächste Punkt sind die Praktika. Hier ist es wichtig, genauso wie bei der Schulbildung, dass man immer das Aktuellste auch nach oben setzt und geht bei allen an, wann und wo sie waren. Und kleiner Tipp, falls ihr mehrere habt, gebt auf jeden Fall das an, was passend zu eurem Ausbildungsberuf ist. Zum Schluss könnt ihr nur eure besonderen Kenntnisse, wie eine Fremdsprache oder besondere Word- oder Excelkenntnisse aufzählen. Und eure Hobbys sind meistens auch ganz gut anbracht, wie zum Beispiel Lesen, Schwimmen oder Reiten. Da ihr im Lebenslauf schon einen schulischen Werdegang erwähnt habt, ist es auch sehr wichtig, dass ihr den jetzt noch belegt. Hierbei denkt bitte daran, dass ihr die erforderlichen Zeugnisse und Praktikabescheinigungen belegt. Da der Lebenslauf ein offizielles Dokument ist, ist es auch wichtig, dass ihr das aktuelle Datum, der Ort und eure Unterschrift noch hinkommt, sodass die Unternehmer davon ausgehen können, dass das alles Stimmwasser drin steht. Mit einem schönen Deckblatt, einem strukturierten Lebenslauf und den Zeugnissen ist die Bewerbung eine runde Sache. Und dann sollte eigentlich auch nichts mehr schief gehen. Dafür wünsche ich euch viel Glück!